Ich bin Coach Markus, ich bin Head Coach der Bambini Flex und der C-Jugend. Ich bin seit jetzt über einem Jahr bei den Bärs und habe mich eigentlich dem Jugendfootball gewidmet. Die Bambinis sind Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Die lernen die Grundtechniken des Futballs dadurch, dass sie keinen Helm und kein Pad tragen, sondern rein theoretisch die Spielzüge erlernen sollen und die Spielzüge halt dementsprechend durch Flaggenziehen beendet werden. Zum größten Teil besteht das Bambini Flex aus fünf bis zehn Kindern im Alter von viereinhalb bis neun Jahren zurzeit. Grundsätzlich trainieren wir dadurch, dass sie keine Helme tragen, den Kindern die Basics des Futballs, sprich fangen, werfen, ihre Routen laufen, die Positionen und sollen halt eigentlich die Basics lernen. Der Schutz der Kinder ist dazu, dass sie halt den Flagg-Football spielen, damit die Kinder nicht schwer verletzt werden, sondern dass Flaggenziehen sozusagen die Hauptsache des Tacklings im Flagg-Football ist und die Kinder sollen halt mit Spaß an den Football herangeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017